weil ich gesehen habe was das verbot mit leuten macht also ich habe freunde die hatten hausdurchsuchung die haben führerschein abgenommen bekommen obwohl sie nie berauscht auto gefahren sind und haben deswegen job verloren ähnlich wie bei den polizeiverbänden also depo g gdp und so weiter sind das organisationen die profitieren von dieser systematischen kriminalisierung und pathologisierung ja weil alle drei minuten kriegt jemand ein strafverfahren so eine hippie oma die irgendwie gras anbaut ist nicht dasselbe wie die leute die da mit kalaschnikows und schlägern und so weiter dort in den markt kontrollieren deswegen man muss auch ein bisschen schwarzmarkt von schwarzmarkt differenzieren ja mich nervt auch der aspekt warum haben wir nicht diese entkriminalisierung ähnlich wie in portugal auf alle drogen gezogen tach auch willkommen bei über tage dem anarchistischen podcast uberts legal nach beinahe 100 jahren kriminalisierung des damals sogenannten indischen hanfes wird das grüne kraut mit den vielen namen durch das beschlossene cannabis gesetz teilweise legal und während die ampelregierung unter seltenem jubel der bevölkerung auf grün schaltet können es zahllose kiffer verurteilte konsumenten kleindealer und cannabis aktivisten gar nicht glauben dass es diesmal wirklich so weit ist denn für jahrzehnte war das verlangen nach cannabis massen mobilisierende rebellion seit der start anfang der 60er jahre langsam die polizeilichen züge anzog sich hundert verurteilungen zu aber tausenden wandelten und mit den studentenprotesten der 68er gras und gegen macht für immer miteinander verwoben wurden mit den gesetzesverschärfungen für betäubungsmittel und damit einhergehend dem erhöhen der höchststrafen von drei auf zehn auf 15 jahre den schicksalen die hinter diesen zahlen stecken unzähligen irreparabel geschädigten psychen durch gestrecktes gras verlorenen führerschein durch ein zug vom joint am wochenende stieg auch das unverständnis in der bevölkerung für einen staat der seine bevölkerung sich sonst ins grab saufen und rauchen lässt doch trotz der von norden nach süden schärferen kriminalisierung rauchen kiffer schon immer ihr ganja den ganzen tag egal was der staat dagegen sagt und auch solche die eigentlich gar kein verlangen nach dem rausch des grünen krauts haben rufen wegen dem ganzen elend durch prohibitionen mit den worten ströbeles scheggis und stefan raabs gebt das hand frei und zwar sofort jetzt ist es nach den zahllosen kleineren und größeren halbgaren vorstößen soweit und während von green berlin aus der grüne rauch übers land zieht das schwarzblaue bayern buberts freunden rät das bundesland zu verlassen konservative angst erfüllt in die apokalyptische zukunft einer demobilisierten bevölkerung blicken die leistungsschwäche mit biko zagatai begründet sehen viele eine hoffnungsvolle zukunft mit gutem gesünderen gras einer geschwächten organisierten kriminalität und kollektiven konsum abseits des straftäter stigmas vielleicht schon manche sogar ein wenig melancholisch zurück in die wilden freien jugendtage in denen sie 0,9 gramm auf tasche wie den größten rebell gegen staatsmacht und pure vernunft fühlen ließen doch hat bei der neuen legalisierung wirklich die pure vernunft gesiegt was genau wird das kommende gesetz bedeuten und wo bleibt reformbedarf werden die rechtlichen regelungen ohne die zulassung von fachgeschäften den kriminellen sumpf der drogenbarone austrocknen wäre die etablierung von fachgeschäften oder coffeeshops in den niederlanden überhaupt wünschenswert wie ist deutschland zu seiner vom niederländischen nachbarn verschiedenen drogenpolitik gekommen und wird die zukunft zu grün bleiben oder in fahlen farben mit kommender konservativer regierung langsam verblassen darüber sprechen wir nicht wie vor zwei jahren alleine sondern diesmal mit dr fabian peter steinmetz einem toxikologen und drogenexperten der als solcher schon in diversen medien konsultiert wurde zum thema beraten hat und auf vielfältigen feldern zum thema legalisierung arbeitet herzlich willkommen in unserer 118 folge fabian schön dass du heute hier bist vielen lieben dank für die einladung hier lieber fabian auch noch ein hallo von mir schön dass du hier bist stell dich gerne mal vor bevor ich euch mitnehme in die heutige folge was für uns vorgenommen haben zusammen zu besprechen mein name ist fabian steinmetz ich wohne in südhessen ich arbeite als toxikologe und ja wissenschaftler drogenexperte nerd wie man das nennen mag und bin halt ich sag mal sehr viel ehrenamtlich aktiv das heißt ich versuche halt die ganzen ngo und bürgerrechtsbewegungen und so weiter die für die legalisierung quasi am kämpfen sind oder grundsätzlich drogenpolitische reformen anstreben mit meinem fachwissen halt zu unterstützen ja ich denke mal deshalb bin ich heute auch hier du wurdest uns auch tatsächlich empfohlen von jemanden aus unserer community also grüße gehen raus zahle danke dass du uns den fabian empfohlen hast danke auch bei mir ich nehme euch jetzt mal mit was haben wir uns vorgenommen für heute wir werden zu beginn einen ganz kleinen einblick in die toxologische wirkung von buberz erhalten dass wir da einmal so ein bisschen auf einen stand gebracht werden worüber wir überhaupt reden weil das ist ja immer noch der hauptgegenstand der uns heute beschäftigt dann werden wir uns einen kurzen abriss der legalisierungsbewegungen und bestrebungen in deutschland anschauen im anschluss sprechen wir dann über die umstände die jetzt zum gesetz geführt haben und dann nochmal ganz konkret über das eintretende legalisierungsvorhaben wie der aufbau einer cannabis industrie wohl aussehen wird um dann darüber zu sprechen was die kritik an diesen plänen ist und wie eigentlich eine entsprechender plan für eine drogenpolitik in deutschland aussehen müsste ja in dem sinne würde ich sagen starten wir direkt durch und nimm uns mal mit buberz was ist das überhaupt und wie wirkt es ja damit könnte man wahrscheinlich ganze bücher füllen also grundsätzlich reden wir von cannabis cannabis sativa ja von der pflanze gibt es halt so verschiedene subspezie subarten oftmals wird so ein bisschen unterschieden zwischen sativa und indica oder auch diese auto automatic strains ruderalis aber im prinzip kommt es ja darauf an was für wirkstoffe diese pflanze produziert die wirkstoffe selber die entstehen auf den harzdrüsen quasi die trichome die vor allen dingen auf sich auf den blüten befinden entweder konsumiert man halt das produkt selber in form von halt den getrockneten leicht fermentierten blüten oder halt ja es gibt verschiedene extrakte also haschisch bis ich sag mal jetzt die modernen begriffe wie rosin bho und so weiter aber im prinzip sind das auch nur potentere varianten davon und dort wo man quasi diese trichome ansammelt dort konzentriert man quasi diese wirkstoffe und diese wirkstoffe sind halt vor allem cannabinoide und terpenoide also terpene und abwandlung davon terpenoide bei den cannabinoiden ist vor allen dingen ein stoff besonders relevant für die berauschende wirkung und das ist halt das thc das delta 9 tetrahydrocannabinol ich sag mal das ist der grund oder der hauptgrund für die roten augen den heißhungern den gechillten mut und die kopfdicker musik und was weiß ich also thc ist schon auf jeden fall auch wenn man viele menschen von dem entourage effekt sprechen also das quasi das ensemble von den verschiedenen wirkstoffen zusammen eine einmalige einmalige wirkung kreiert ist trotzdem thc ein signifikanter faktor was man auch erkennt dass das auch ein bisschen ich sag mal ein qualitätsmerkmal für viele grower aber auch konsument innen ist das heißt so eine strain mit über 25 prozent ist oftmals ein bisschen teurer als eine strain mit nur über 15 prozent thc man nimmt den wirkstoff auf egal wie in relativ idealerweise halt nicht rauchen sondern verdampfen also mit vaporizer oder halt als essware früher hat man hush brownie oder sowas dazu gesagt oder space cookie heutzutage gibt es da ganz viel und man fasst das oft zusammen als edibles oder manchmal sagt man auch infused also wenn irgendjemand zu irgendeiner speise infuse sagt sollte man wissen oh vorsichtig dosieren gerade so mit zu esswaren war das sehr lange dauert bis die wirkung eintritt also bis der magen darm trakt den wirkstoff absorbiert und im blutkreislauf verteilt ist es sehr leicht dass man sich überschätzt ja also nach einer dreiviertel stunde gucken wir auf die uhr es wirkt noch nicht dann legt man den nächsten brownie nach und dann auf einmal ist man schon so über dosiert dass man ja narkotisiert in der ecke liegt genau ansonsten ja ich sag mal über die wirkung muss ich eigentlich nicht viel sagen vielleicht noch kurz was über das risikopotenzial also wenn man wenn man sagt hat man halt ein gewisses risiko für so typische lungenerkrankungen aber trotzdem ist das risiko insbesondere für lungenkrebs deutlich geringer als beim tabak rauchen was mich auch selber als toxikologe erstaunt hat aber sitzt natürlich voraus dass man es halt auch nicht mit tabak nicht was ja immer noch viele menschen tun ansonsten ist das hauptrisiko eigentlich ja psychiatrische erkrankungen stichwort also menschen die wirklich sehr vulnerabel sind und dazu neigen irgendwie psychotische episoden zu erleben die können das mit cannabis triggern kommt relativ selten vor also seltener als die medien uns das weismachen wollen aber das gibt es und ansonsten und das ist wahrscheinlich das größte risiko wenn es einem gefällt macht man sehr oft und das führt halt bei fast jedem zehnten konsumenten oder konsumenten zu einer abhängigkeit dies jetzt nicht so fatal wie bei alkohol oder heroin aber sie kann halt trotzdem einem leben schaden und zwar in dem sinne dass man zum beispiel familie freunde job und so weiter einfach vernachlässigt ja das ist ein sozialen und langfristig ist das auch ein psychischer schaden die man dadurch generieren kann deshalb also wenn man sich entscheidet das konsumieren sollte man sich im vorfeld am besten so ein paar regeln setzen dass man es halt nicht übertreibt vielleicht reicht das sowas so kleine einführung ansonsten also ich könnte noch viel mehr sagen über minimale erhöhte risiken kardiovaskulärer natur oder auch das hoden krebs risiko ist minimal erhöht aber das sind wirklich das sind statistisch ist das gerade an der signifikanz grenze und umgekehrt gibt es auch wiederum andere erkrankungen die sind witzigerweise seltener bei bei cannabis konsum wobei das genauso gut scheinkorrelationen sein können deshalb würde ich es einfach an der stelle einfach mal belassen was ich ganz spannend finde weil das am anfang angesprochen dass mit diesem unterschied sativa indica also ich wurde damals auch immer in das thema damit eingeführt dass gesagt wurde sativa das ist das was mehr ein kopfhai gibt und indica das wäre das was mehr auf den körper wirkt gibt es da tatsächlich irgendeinen wissenschaftlichen hintergrund von kurze antworten nein deswegen bin ich auch froh dass ich das nicht gesagt habe also ist jetzt also ist jetzt wieder ein bisschen off topic aber der hauptunterschied ist botanischer natur sativa sorten gibt sehr viele teilweise auch ein paar paar sativa sorten die auch potenz haben bei uns eine region ein bisschen weniger potent aber man hat früher auch knaster bei uns geraucht und man hat so ein bisschen bei dem bei dem hanf so in dem ja im im indischen raum hat man halt so entdeckt oder kann ein bisschen mehr und deshalb wenn man sich alte hanf medikamente in deutschland anschaut zum beispiel im hanf museum dann ist es zum beispiel so dass das immer heißt indischer handwerkstrakt weil das war ja einfach der der hat einfach ein bisschen mehr thc gehabt und die sehen auch die pflanzen sind ein bisschen gedrungen haben dickere blätter während der sativa der wird oft so kultiviert für die fasergewinnung aber mittlerweile sind im prinzip alle sorten hybride die ich sag mal die cannabinoid und terpenoid profile meisten leute sagen terpen aber terpenoid ist eigentlich richtige die überschneiden sich massiv das sind die wirkstoffe die zu einer wirkung führen das heißt man kann indica so uplifting machen wie eine sativa und umgekehrt ja deswegen spielt es eigentlich heutzutage wo die meisten sorten hybrid sind keine rolle mehr und ich muss auch sagen ich finde wenn leute von dieser uplifting wirkung sprechen als jemand der in den 90er jahren mit marokkanischem haschig in die adoleszenz kam kann ich das nachvollziehen so wenn man es erst mal so ein thc gras raucht und hat davor eigentlich nur immer nur marokkanisches haschig mit auch viel cbd und cbn geraucht kann ich den genanken so ein bisschen nachvollziehen aber wenn man ein bisschen älter wird und hat auch mal andere stimulanz hin erfahren also mittlerweile schmunzle ich immer wenn leute zu mir sagen und hier ist eine ganz uplifting strain und ich fragte immer ob das so wie bei speed oder kokain ist oder doch nur wie bei cannabis um mich halt so ein bisschen darüber zu amüsieren weil es ist halt also es ist nicht wirklich stimulierend auf der anderen seite wenn wenn das wenn leute sich das einbilden und diese nuancen denen helfen egal ob jetzt im alltag oder beim feiern das sei denn gegönnt aber wissenschaftlich spricht er eigentlich heutzutage nichts dafür und das davon distanzieren sich auch immer mehr aber ich sag mal vor zehn jahren war das haben das wirklich noch auch wissenschaftler teilweise noch gesagt ja und es hat heutzutage immer noch ein teil von sehr vielen memes ja ich habe mal meiner frau ein shirt geschenkt da stand drauf sowas wie so gott give me sativa for the things i can change and give me indica for the things i have to accept also so für memes und so ist es ist es ist es cool oder so ein bild von karl dall kennt ihr noch sagt er euch was also der name sagt mir was okay die augen sahen so unterschiedlich beide sahen irgendwie rot aus aber das eine war voll aufgerissen das andere so unten so halb hängt und dann auf der einen seite steht hat so sativa auf der anderen indica so für memes ist es cool botanisch historisch ist es auch spannend um wirkung abzuleiten deswegen kurze antwort wäre nein aber ich habe jetzt leider die lange gegeben sorry auch bevor wir jetzt allzu tief jetzt dann darin eintauchen lasst uns auch übergehen zu der legalisierungsbewegung und den bestrebungen in deutschland weil da gibt es ja wirklich eine ganze menge also ich denke wir kennen alle zum beispiel sowas wie den handverband und diese auch groß teilweise großen demonstration ich glaube primär in berlin dann oftmals wo es mal so einen hanfmarsch gibt und sowas das sind alles sachen auch wenn man sich mit bisschen mit protestbewegungen auseinandersetzt das gehört irgendwie dazu in deutschland von daher ja lass uns doch da mal ein bisschen tiefer eintauchen dass es da alles so gibt und gab ja also es gibt ganz viele verschiedene bewegungen und vereine gruppierungen institutionen natürlich fallen wir spontan natürlich die ein mit denen ich am meisten irgendwie zusammenarbeite also ich habe jetzt noch nie für den deutschen handverband irgendwie offiziell gearbeitet aber bin dort fördermitglied ich finde super toll was georg wurde und seine kolleginnen dort machen ganz großer fan also ohne den dav wären wir nicht so weit wie wir aktuell wären ansonsten fällt mir dann natürlich auch der schildauer kreis ein quasi als wirklich expert in den netzwerk mit ganz vielen professoren und professorinnen und anderen wissenschaftlerinnen aber auch pragmatikern also sozialarbeitern mit wirklich praktischer erfahrung und die quasi dieses wissen zusammenbündeln und dann immer wieder die politik daran zu erinnern dass wir eine reform brauchen dann ein bisschen jünger lieb law enforcement against prohibition kam ursprünglich aus den usa gibt es ableger in auch in mehreren ländern der welt auch in deutschland und das da versammeln sich halt vor allen dingen leute also rechts an anwältinnen und anwälte polizistinnen und polizisten richter richterin das heißt dort hat man so einen fokus auf alle leute die irgendwie was mit strafverfolgung zu tun haben und die sprechen sich auch grundsätzlich gegen die prohibition aus und beim schildauer kreis und bei lieb ist es auch wirklich so dass es nicht nur cannabis also kann das ist aktuell ein großes thema und es ist ein großes thema weil es einfach so viele konsument innen betrifft aber man sich sagen ja immer wiederum aus es ist auch schlimm was was der staat dass der leute die heroin konsumieren dass er die verfolgt ja also jetzt nicht unbedingt kommen lass uns heroin geschäfte überall aufmachen und so aber mehr nach dem motto wir brauchen dort reformen wir brauchen dort ja aber ich denke mal da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen ansonsten fällt mir noch in berlin noch eine relativ junge initiative ein die sehr aktiv ist my brain my choice dann auf dem europäischen level fällt mir natürlich ein weil ich da mal kurzfristig präsident war encot european coalition for just ineffective drug policies dann in berlin frisch gegründet der csc dachverband und natürlich ja wie eben auch schon erwähnt habt hanfparade beziehungsweise auch das hanf museum die es ja auch schon seit ewigkeiten gibt und die also gerade die hanfparade die demo im august die größte demo in ganz deutschland genau und was ich natürlich nicht vergessen darf von dem dhv also dem deutschen hanfverband gibt es ganz viele kleine ortsgruppen in den verschiedenen städten in deutschland und ich möchte natürlich kurz meine homies aus darmenstadt grüßen liebe grüße genau also wirklich ganz viele verschiedene organisationen mit verschiedenen schwerpunkten manchmal mehr wissenschaft manchmal mehr aktivismus manchmal wirklich auch ich sag mal ein relativ spezifisches thema wie zum beispiel einfach über hanf aufklären also das hanf museum ja ich würde sagen die machen auf jeden fall ein großteil aus zusätzlich würde ich aber auch noch ich sag mal die den losen internetverbund widmop nennen und erst mal die gegenfrage habt ihr schon mal von dem widmop gehört also ich jetzt tatsächlich noch nicht du auch nicht okay dann ist okay aber noch dagegen noch eine frage direkt danach seid ihr viel auf twitter beziehungsweise x unterwegs tatsächlich nicht so okay so ein abgefucktes medium toxisch um es mal so auszudrücken kurz ja ja nein dort sind die halt besonders stark das sind immer die die irgendwelche hashtags so massiv pushen dass dann nachher die zeitung darüber berichten und so und dass wir wirklich also wirklich bemerkenswert also gerade ich ziehe mich auch sehr stark mit dem widmop auch wenn es natürlich auch mal ein paar verdrehter gibt die sich halt nicht so immer so ganz so ordentlich benehmen wie in jeder großen bewegung aber also wir haben schon geschafft dass politiker gesagt haben so ja nee kümmern uns mal jetzt nicht rum und dann haben wir uns einen cleveren hashtag überlegt und haben den richtig gepusht mit verschiedenen organisationen und der widmop hat dann ganz viele provokante memes gebaut und da dinge irgendwie tausendmal retweetet und geliked und das hat dann wirklich dazu geführt dass ich danach individuell politiker und politikerinnen also den themen stellung bezogen haben und dann dinge auch beschleunigt haben das sehr oft auch dann in kollaboration mit den verbänden und institutionen die ich eben genannt habe auf jeden fall auch ein gruß an den widmop vielleicht würde ich auch direkt dann einmal kurz darauf eingehen weil du jetzt auch schon die politiker angesprochen hast wie eng siehst du denn eigentlich auch die verbindung von den verbänden mit parlamentarischer politik weil zumindest ich habe auch ganz lange in meinen jugendjahren immer die grünen als die legalisierungspartei wahrgenommen also wir haben ja heute den ersten märz und dann sieht es so aus als ob es wegen den grünen sogar noch alles sechs monate länger dauert also klopf auf holz vielleicht geht es doch alles ein bisschen schneller als man muss da differenzieren ohne die grünen wären wir nicht so weit wie wir wären ja ich bin vor allen dingen allen grünen die in dem bereich aktiv sind sehr dankbar aber trotzdem hat mich persönlich also gerade die leute die wir zum beispiel als widmop oder auch vom deutschen handverband aus die wir sehr stark vor der wahl gepusht haben da hätten wir uns ein bisschen mehr kommunikation erwartet also die kommunikation ist da aber es ist trotzdem das ist auch die wahrnehmung von vielen anderen expert innen ist trotzdem so dass man um jeden termin irgendwie betteln muss und dann kommt wieder irgendein komisches satz kommt dann in komischer paragraf kommt dann in das in den cannabis gesetz draft rein ohne dass mit irgendjemand von uns gesprochen wurde und wenn man uns dann mal einlädt dann versucht man direkt 50 oder 100 leute auf einmal abzufrühstücken und so das ist ein bisschen enttäuschen also ich meine man muss es muss differenziert sehen ja die haben noch viele andere themen also von der union hat mich noch nie jemand zu dem thema befragt oder eingeladen oder sonst was ja also deswegen ich möchte jetzt nicht schlecht reden aber ich hätte mir trotzdem persönlich gewünscht dass es doch ein bisschen mehr dialogischer vertrauensvoller so ein bisschen passiert ansonsten ich sag mal die drogenpolitischen sprecher innen also die die quasi auch die quasi diese rolle haben in der fraktion die machen tendenziell gute arbeit aber die haben ja teilweise dann immer noch widerstände in den eigenen parteien also das heißt also was bringt es einem wenn die wenn die gesamtfraktion nicht derselben meinung ist wie dem drogenpolitischen sprecher oder sprecherin das ist natürlich auch eine sache mit der hat man am anfang nicht so gerechnet und das ist natürlich auch ein grund warum die sich dann auch manchmal ein bisschen zurückhalten also wenn es darum geht irgendwelche vorhaben zu bestätigen so ja das passt so das machen wir auf jeden fall so dann hört man auch manchmal eine woche nichts von jemandem und das ist schon ein bisschen bei was was gerade bremst und man weiß okay hier dran liegt es jetzt das blockiert alles wieder das sind aber meistens diese momente wo wir dann auch in der aktion machen also wo man sich mit mit verbänden mit vietmob und so weiter zusammen tut und um dann richtig druck aufzumachen teilweise also auch eine extra demo oder plakataktion kombiniert mit trendenden hashtags und halt leuten die auch ein paar provokante sprüche dann raushauen und den leuten halt klar machen hey ihr sorgt gerade dafür dass millionen von konsument innen in deutschland jetzt weiter kriminalisiert werden und es sollte eine prio sein weil es sind immer landtagswahlen und bald ist auch wieder eine bundestagswahl das ist ja dann auch so ein bisschen dass einfach die versprechen die vorher gemacht werden von von so einer politik dann auf die realität dann treffen der sich dann diese politiker in eben gegenüber sehen wenn sie selber an der macht sind aber dennoch kann man ja hier sagen trotzdem gibt es innerhalb der grünen eine eine lobby dafür die es jetzt in der form in anderen parteien nicht gibt das kann man ja auf jeden fall festhalten und ich weiß nicht zum beispiel wie es bei der fdp oder der spd ist die jetzt auch mit an der in der regierung sind vielleicht kannst du da ja noch was dazu zu sagen vielleicht gibt es ja auch irgendwie so große muberts freunde oder so mir ziemlich sicher dass die grünen die älteste legalized partei in deutschland sind aber zum zeitpunkt als ich die ampel so in tuch füllung gegangen ist und den schönen koalitionsvertrag geschrieben haben der uns eine gewisse ein gewisses lächeln auf die lippen gezaubert hat war es trotzdem so dass es in eine zusammenkunft war von zweieinhalb legalized parteien also zweieinhalb von drei das heißt die fdp hatte zu dem zeitpunkt schon parteibeschloss dass sie für die legalisierung sind meiner meinung nach natürlich weniger aus diesen bürgerrechtlichen gründen wie jetzt bei den grünen sondern ich glaube da geht es ging es doch eher ums ums geld verdienen so habe ich es empfunden aber ich bin auch ich muss auch dazu sagen ich bin bei der fdp einfach ein stück kritischer als bei den anderen beiden ampel parteien und bei der spd war es dass es zu dem zeitpunkt wenigstens eine bekenntnis gab zu entkriminalisierung und modellprojekten und spoiler alert das ist genau das was man jetzt gerade versucht das heißt die spd hat sich eigentlich durchgesetzt und deswegen vielleicht auch schon mal um damit es da keine missverständnisse gibt eine richtige legalisierung wird diese legislaturperiode auf keinen fall geben ja aber bevor wir jetzt auf das gesetz selber eingehen lassen es doch vielleicht noch mal drüber sprechen ob es eigentlich noch möglichkeiten gibt das irgendwie zu verhindern abzuändern oder auch einfach nur zu verzögern weil ich meine von dem was ich jetzt von der cdu csu dazu gehört habe ich habe es ja auch einmal kurz angesprochen in bayern äußert man sich ja schon sehr sehr kritisch und droht schon anders so harsch auszulegen wie nur irgend möglich von der afd gab es ja auch natürlich ziemliche kritik was ist da jetzt eigentlich noch möglich ist das jetzt das gesetz jetzt so in trockenen tüchern was kann da jetzt noch passieren letzten freitag gab es ja im prinzip die zweite und dritte lesung für das kann g das cannabis gesetz und dort wurde mit einer starken mehrheit über sechs prozent im bundestag das gesetz hat beschlossen genau das gesetz selber ist nun entkriminalisierungsgesetz aber dazu kommen wir wahrscheinlich später noch was passiert jetzt also eigentlich war das versprechen dass es quasi bis zum ersten april kommt zumindest der teil mit dem eigenanbau und dem entkriminalisierten besitz und wahrscheinlich auch mit diesen kleinen änderungen im führerscheinrecht und dass das mit dem anbau in clubs zusammen dass das halt noch mit einer verzögerung kommt ich glaube drei monate später oder so was aber was halt jetzt noch passieren kann bis ich glaube bis zum 22 märz ist dass ich im bundesrat also dort wo die auch die ganzen länder zusammenkommen dass die sich wenn die sich mehrheitlich für den vermittlungsausschuss aussprechen also den vermittlungsausschuss anrufen das ist da quasi noch eine sehr starke verzögerung und unter umständen halt noch ab zur abänderung des gesetzes kommen kann und was ich ja gerade schon angedeutet habe es ist keine legalisierung das heißt es ist schon ein extremst abgespecktes gesetz wo es im prinzip eigentlich nur darum geht dass ja eigenbedarf also alles was alles was momentan so als konsum nahe delikte zu straftaten führt und strafverfolgung führt das wird quasi alles entkriminalisiert und aber ansonsten jeglicher handel und abgabe und sonst was von cannabis bleibt eigentlich komplett verboten im kontext dieses gesetzes wohlgemerkt dass dieses gesetz es wird auch immer säule eins genannt ob irgendwann eine säule zwei kommt das wären modellprojekte wissen wir nicht säule drei während der komplette legalisierung von säule treibe ich noch gar nichts gehört deswegen um das mal so grob einzuordnen also es kann vor allem noch zu einer verzögerung kommen ich sage mal natürlich gewisse unweckbarkeiten ja eine koalition kann platzen ja auch aus komplett anderen gründen und je länger es halt dauert desto höher ist halt die wahrscheinlichkeit dass es halt nicht klappt deswegen versuchen wir ja permanent immer quasi druck zu machen ist dieser druck auch ein wichtiger grund dafür dass es jetzt überhaupt zu diesem wenn auch abgespeckten gesetz hin in richtung legalisierung kommt oder hat es gar keine rolle gespielt weil das wäre jetzt noch mal spannend zu wissen was sind denn die genauen umstände die jetzt überhaupt dazu geführt haben also hat das jetzt wirklich nur irgendwie materielle gründe was ich dass sich irgendwie die regierung was davon erhofft oder ist das jetzt wegen auch diesem druck der jahrelang ausgeliebt wurde von auch dann basis bewegung halt so fokussiert worden was sind die gründe also wir haben circa fünf millionen regelmäßige konsumenten in deutschland und die versammeln sich auf jeden fall in in diesen drei parteien von mir ist noch die linke dazu linke ist drogenpolitisch auch mittlerweile sehr progressiv ja ich denke schon dass das der hauptgrund ist also finanzielle anreize sehe ich und haben gar nicht weil der staat nichts verdient cannabis wird nicht legalisiert das also das ist immer das kann gehen säule eins ist ein riesiger fortschritt ja und das ist auch wichtig und mir persönlich mir geht es auch viel mehr darum dass das also mir geht es vielmehr um die menschen ja weil ich gesehen habe was halt das verbot mit leuten macht ja also ich habe freunde die hatten hausdurchsuchung die haben führerschein abgenommen bekommen obwohl sie noch nie berauscht auto gefahren sind und haben deswegen job verloren also ich kenne wirklich auch auch menschen die sind von durch cannabis bezogene polizeigewalt traumatisiert also wirklich ein kumpel von mir wurde ein halbes jahr abgehört der hat jetzt zehn jahre später immer noch kein handy also weil der der kann nicht mehr telefonieren weil der ständig solche gedanken hat oder ein anderer bekannter von mir wird neulich hat er noch dazu wieder was getwittert hat gemeint so wenn bei ihm dass die türklinge klingelt und erwartet niemanden dann schreckt er zusammen weil er sofort ein bild von polizei im kopf hat weil er vor was hat er gesagt vor 25 jahren hausdurchsuchung hatte also das traumatisiert dass das cannabis verbot schadet menschen ja sei es durch gefährliche streckmittel oder wie gesagt durch diese diese verfolgung durch diskriminierung über behörden ich habe hier eine bekannte im nachbar ort der wird mehrfach schon gedroht die kinder wegzunehmen das ist eine ganz vernünftige also ich möchte jetzt keine weiteren details über sie sagen damit die nicht quasi irgendwie damit man die nicht identifizieren kann aber das ist ganz vernünftige normale dame und es ist einfach nur diskriminierung anders kann man das nicht nennen das ist meine persönliche hauptmotivation das ist vom narrativ nimmt man leider immer noch die diese anderen motivationen das heißt so ja wir kontrollieren den kompletten markt dann gibt es gar keine schlimmen gar keine gefährlichen produkte mehr und wir werden den schwarzmarkt auslöschen wir werden ganz viel geld verdienen hört man manchmal auch noch mittlerweile nicht mehr von aus der regierung aber das ist natürlich alles bullshit ja also der schwarzmarkt wird auf jeden fall kleiner werden aber wir werden nicht komplett ausmerzen dazu bräuchte man einen handel der auch gelegenheits konsumenten abdeckt weil wir haben so grob eine pareto verteilung das heißt circa 80 prozent der konsumenten konsumieren 20 prozent des materials und umgekehrt 20 prozent der konsumenten konsumieren 80 prozent des materials das sind die die dann wahrscheinlich dann auch in die clubs gehen und selber eigenanbau betreiben aber für die anderen gibt es hat keine versorgungsstruktur und das sind noch relativ viele menschen also wieder ich sehe kleine positive effekte oder ganz viele kleine positive effekte aber der haupt positive effekt ist dass menschen keine strafe folgung mehr erfahren aber alles also jedes mal wenn ich höre dass man das macht um irgendwelche steuergelder zu gewinnen das ist völliger mumpitz weil cannabis wird nicht besteuert cannabis wird auch nicht legal verkauft das einzige was erlaubt wird ist der besitz zum eigenbedarf 25 gramm auf der tasche 50 gramm zu hause dann den eigenen besitz quasi von pflanzen bis zu drei blühenden pflanzen da gibt es noch die option für gemeinschaftlichen anbau aber nicht kommerziell das heißt genau dasselbe nur dass man nicht sagt du darfst drei pflanzen haben sondern man sagt ihr zehn leute ihr dürft euch zusammen in der garage zusammen wenn es abgesichert ist 30 pflanzen zusammen anbauen und das dann fair unter den mitgliedern verteilen ja nicht kommerziell das übrigens auch so ein konzept diese cannabis social clubs was halt auch ich sag mal ja sehr von diesen grassroots bewegungen da gerade von encode was ich eben erwähnt habe european collision und just effective drug policies die haben auch malta und braten und hatten sehr viele spanische aktivisten dort gibt es ja dieses modell auch schon sehr lange wobei es halt mehr ein duldungsmodell ist kein gramm cannabis wird versteuert und kein gramm cannabis wird verkauft ja es geht immer nur um abgabe an mitglieder innerhalb einer geschlossenen vereinstruktur für erwachsene und dieser club darf dann noch nicht mal irgendwie werbung für machen oder sonst was deswegen also es ist es wirklich es ist eine wahrscheinlich die komplexeste entkriminalisierung die es bis jetzt gibt auf der einen seite sehr durchdacht auf der anderen seite gibt es aber auch sehr viel rechtsunsicherheit und auch so sehr viele dinge die sich gegenseitig widersprechen oder zu streng gesehen werden aber es ist trotzdem auch wenn es manchmal wird es auch teillegalisierung genannt aber ich finde der begriff entkriminalisierung passt eigentlich sehr gut entkriminalisierung de jure weil die meisten sind wahrscheinlich entkriminalisierung de facto wie beispielsweise jetzt in niederlande spanien und so weiter dass also deswegen also ein bisschen rechtssicherheit ist da aber deswegen also geld ist es das nicht deswegen ist auch so wichtig dass halt irgendwann auch modellprojekte kommen wo man dann zusammen mit unis sich das dann anschaut also mit forschungsprojekten wie viel kauft wer wird der konsum dann mehr was für sorten werden präferiert was sind die folgen von denen die müssen dann immer wieder fragebögen ausfüllen und das geht danach in empfehlungen wie man es dann komplett auf deutschland legalisiert und das sollte dann im europäischen austausch geschehen es gibt nämlich noch ein ja circa ein halbes dutzend länder in europa die haben halt auch ein interesse daran ja also spanien tschechien niederlande schweiz auch wenn das jetzt nicht direkt zur eu gehört mal da natürlich die jetzt schon damit angefangen haben es heißt interesse in dem bereich für ich sag mal regulierungsmodelle zu forschen und ausprobieren ist da aktuell ist es aber noch so dass quasi die europäische union und deutschland als mitglied der europäischen union die single convention on narcotic drugs unterschrieben haben und die wird halt von den meisten rechtsgelehrt innen so interpretiert dass cannabis nicht legalisiert werden darf entkriminalisiert ja das ist sogar mittlerweile eine empfehlung von der um legalisiert nein legalisiert bedeutet nämlich bei einem produkt was so populär ist wie cannabis ja mit so einer hohen konsumprävalenz bedeutet es nämlich dass man markt braucht man braucht cannabis als commodity ja man muss dann price tag dran machen und es zumindest egal wie restriktiv aber man muss es irgendwie als gut verkaufen können und aktuell ist das eigentlich nur im medical bereich also cannabis als medizin möglich und weil damit würde man sofort gegen die un verstoßen und das ist halt auch der grund warum sicherheit deutschland dagegen entschieden hat und versucht das halt dann jetzt so peu a peu über modellprojekte und so zu machen und wie gesagt eine richtige legalisierung werden wir frühestens die nächste legislaturperiode haben oder bekommen und wenn man ehrlich ist das auch unwahrscheinlich bei dem aktuellen rechtsruck und der unpopularität von der ampel und speziell den grünen was ich auch aus anderen gründen natürlich erschreckend finde also du würdest sagen dass die umstände die jetzt diesem gesetz geführt haben primär die sind dass es einfach diese realität von diesen fünf million menschen die cannabis in deutschland konsumieren gibt das halt verbunden sage ich mal mit dann auch dem druck der halt über jahre aufgebaut wurde und dann vielleicht dass man auch noch jetzt halt gerade eine regierung hat die eine gewisse lobby für dieses thema auch beinhaltet ja ja auf jeden also die mischung macht es weil wieder wir sehen dass in anderen ländern an die andere regierungskonstellationen haben und bei denen klappt das nicht luxemburg habe ich eben vergessen luxemburg hatte vor uns zwei jahre vor uns hatten sie quasi eine ampel also eine ampel quasi auch so spd fdp grüne pendants von den farben her ist es glaube ich eine ganz andere kombi weil die andere farben haben deswegen jetzt nicht irgendwie missverstehen aber die haben im prinzip auch damals so eine entkriminierung mit extremster verzögerung umgesetzt wirklich umgesetzt wurde es auch erst ende letzten jahres oder so was oder mitte letzten jahres also auch ewigkeiten gedauert und auch ich sag mal die haben sich auch fast nichts getraut und die hatten halt damals auch schon druck von der eu bekommen sich an single convention zu halten und dann gibt es auch innerhalb der eu noch mal so rahmen verträge so ja ja wir versprechen dass wir gegenseitig versuchen hier so alle leute wegen drogen zu bestrafen da gibt es wirklich einzelne gesetze und dann kann man natürlich gucken hat man hat man eier aus stahl und sagt nee nee in dem gesetz steht illegale drogen ist ja dann nicht mehr illegal aber deutschland ist halt gerade wenn es um internationale verträge angeht jetzt nicht bekannt für besonders harte eier außer natürlich beim was war es noch mal internationale wie sagt man das wenn die polizei jemanden sucht und auch schreibt verhandlung ja genau 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 und da gibt es um internationales pendent und da gab es mal ein eu gerichtsurteil von wegen das bedeutet in deutschland die gewaltenteilung nicht gut genug wäre ich habe da ging es vor allen dingen um die trennung von staatsanwaltschaft als teil der exekutive und juristiktion also richterrechtsprechung und so weiter dass das irgendwie so nah aneinander wäre dass die dann quasi im ausland nicht gelten ich bin kein jurist und vor allen dingen auch nicht kein nicht für internationale geschichten aber gern mal googeln das ist glaube ich dann so eine ausnahme da ist dann auf einmal international internationales recht nicht mehr ganz so wichtig ja ein punkt den ich auch noch anmerken wollte als du das gerade mit den fünf millionen konsumenten angesprochen hast ich finde das auch immer wieder faszinierend wie populär auch eigentlich die forderung nach einer kompletten legalisierung ist also einfach auch mal so als anekdote bei mir war das auch immer so selbst wenn ich mit den leuten gesprochen habe von denen ich weiß dass sie sagen wir mal jetzt sehr starke sympathien für die afd haben oder in sonstigen fragen wirklich sehr konservativ eingestellt sind selbst die haben eigentlich so dazu immer eine recht klare forderung gehabt dass es eigentlich solange man das mit alkohol und tabak macht auch komplett legal sein müsste und deswegen finde ich das auch immer wieder faszinierend was für eine diskrepanz also mich würde man auch interessieren ich kann mir vorstellen dass das auch eigentlich statistisch so sein müsste dass es wirklich eine diskrepanz zwischen der politik der parteien da gibt die diese leute dann wählen und dem wie die meisten leute dazu stehen das finde ich immer wieder einfach total faszinierend wie es da so einen absoluten nachzug in der frage gibt und vielleicht ich weiß gar nicht ob du da jetzt bei den umständen noch einmal genauer darauf eingehen kannst aber ich hatte auch jetzt die theorie immer so ein bisschen im kopf gehabt mit eben nicht dieser kompletten legalisierung davon und wirklich dieses verschieben dann auf hier eigentlich so kollektive ökonomie form was ja eigentlich auch von dem was ich jetzt dazu gelesen habe keine bis social clubs für die leute die das machen eigentlich auch recht attraktiv klingt und auch eine schöne sache gerade auch mit natürlich dieser verankerung in basis bewegung aber das ist für mich auch immer so ein bisschen wirkte als würde man sich davor sträuben und hätte man auch sorge davor einmal so eine cannabis industrie ins rollen zu bringen die dann auch eine lobby macht einbringen kann wie bei anderen industrien das dann auch natürlich dafür sorgen würde dass man jetzt von konservativer seite beispielsweise deutlich weniger möglichkeiten hatte bei so einem gesetz wieder zurückzuziehen also ich glaube schon dass es eher so diese feigheit war die ich eben erwähnt habe gerade auch in dem kontext dass wir ja wissen dass diese clubs eigentlich also auf einer internationalen ebene toleriert werden und bei allem anderen gäbe es wahrscheinlich ja irgendwann aus irgendwelchen konservativen ländern wahrscheinlich verfahren gegen deutschland von un gibt es immer nur maximalen bösen brief die niederlande kriegt seit ewigkeiten böse briefe tun die einfach eine schublade rein und dann machen sie weiter in der eu ist es gibt zeit eine gemeinsame rechtsprechung und deswegen ist das meiner meinung nach schon der hauptgrund was ganz spannend ist weil du gerade gesagt hast mit mit der afd das britische pendant zur afd ukip die auch ganz doll bei brexit ja involviert waren die sind zum beispiel pro cannabis ja also rechts und weed kann zusammenpassen und auch ganz ist witzig bei der abstimmung im parlament letzten freitag hat witzigerweise auch ein afd abgeordneter für die legalisierung abgestimmt warum wohl er hat vielleicht ein persönliches verhältnis zu dieser substanz vielleicht ja ich wahrscheinlich sogar noch viel mehr und das ist ja auch mittlerweile geben ja auch die ganzen konservativen das zu und dann frage ich mich nur hey wenn du in jungen jahren ja noch dort wo ich sag mal ganz dringend deinen führerschein gebraucht hast um deinen nebenjob zu machen um damit dein studium zu finanzieren wärst du damals erwischt geworden dann wärst du heute nicht mehr dort wo du jetzt bist ja hast du denn dann kein mitleid mit den leuten also das kann ich nicht nachvollziehen ansonsten ich weiß nicht ich habe es zwar eben zwar schon so ein bisschen angedeutet aber ich drücke es jetzt mal auch mal so richtig provokant aus es gibt wirklich wenige dinge wenige politische entscheidungen die so ob wir sind wie die cannabis legalisierung ja also die oder von mir ist auch entkriminalisierung aber äh sagen wir mal liberalisierung ja um quasi so mittelding zu finden es ist wirklich also es gibt wirklich wenige dinge die so ob wir sind also über die details kann man sich tagelang streiten aber ob man grundsätzlich also leute dafür bestraft oder quasi eine alternative findet das ist also das muss jedem also jeder der nicht irgendwie total ideologisch verblendet ist muss das eigentlich eindeuchten wir haben eine konsumprävalenz die durch das verbot nicht runter geht obwohl wir mehrfach die strafen erhöht haben das heißt konsumieren immer mehr die gefahren werden immer größer gerade durch synthetische cannabinoide die dann teilweise aufgesprüht werden da gab es mittlerweile schon todesfälle der konsum bei jugendlichen wird auch immer mehr also innerhalb vom verbot wären die dinge nicht besser sondern tendenziell schlechter und gleichzeitig bestraft man ja ganz viele erwachsene menschen ja das verbot das verbot also wenn man jetzt mal steuereinbußen und so weiter jetzt mit einbezieht also wenn man jetzt den markt irgendwie regulieren würde und da auch ein bisschen steuern draufsetzen würde reden wir von 5 milliarden euro jedes jahr die man einfach so im kopf haut also das ist eine kombination aus was man weiß ich nicht die strafverfolgung steckt ja das ist übrigens die größte lobby ja manche leute denken immer irgendwie big alkohol oder big tobacco nee das sind hauptsächlich die polizeigewerkschaften die sich am stärksten involvieren und ich sag mal der spd abgeordnet der am meisten auch gegen die legalisierungs- oder entkriminalisierungsvorhaben geschimpft hat ist witzigerweise auch ein ehemaliger polizeilobby ist grüße an sebastian fiedler und also der war ja wirklich mehrfach in den nachrichten weil er wirklich unsinn geredet hat also also ich versuche ja wirklich nicht persönlich zu werden aber bei ihm mache ich eine ausnahme und wie oft er sich auch selber widerspricht nein da gibt es da sind wirklich massive interessens konflikte und ansonsten leichtere interessens konflikte merkt man auf jeden fall auch ich sag mal bei medizinern also ich hatte heute noch eine konversation auf linkedin mit einer ärztin die mir da ging es um eine stellungnahme von wegen cannabis gesetzt darf nicht kommen und so und ich habe nur darunter und meinte alle das ist voll sinnvoll menschen zu intensivieren und sie aus suchtmedizinischer perspektive sind 50 gramm viel zu viel und dann musste ich erklären es geht nicht um die suchtmedizinische perspektive ja weil das verbot wirkt ja nicht gegen abhängigkeiten oder viel konsum und so weiter die 50 gramm grenze ist auch keine von wegen ah ja bis 50 gramm empfehlen wir und so nee das ist die strafrechtliche grenze beziehungsweise jetzt wird es wahrscheinlich auf 50 gramm ist ordnungswidrigkeit und erst ab 60 gramm strafrecht aber ich glaube so tief war sie nicht im thema ansonsten hätte sowas nicht gesagt und dann habe ich versucht um den unterschied zu erklären also es geht darum dass sie dann möchte dass menschen bei dieser menge und leute haben diese mengen zu hause jemand der irgendwo im land wohnt und baut seine seine ein zwei pflanzen an und hat dann seinen kleinen vorrat einmal im jahr der wird auf jeden fall 50 60 gramm haben und und statistisch wird er kein problem mit dem konsum haben warum soll diese person strafverfolgung erfahren das schadet der person doch ja also es ist nicht gesund wenn die polizei bei einem die tür eintritt es ist nicht gesund wenn man immer auf den gerichtsprozess wartet es ist nicht gesund wenn man bei behörden angeschwärzt wird von wegen er prüft mal die fahre eignung er prüft mal ob der wirklich sorgerecht haben darf und so das ist nicht gesund menschen mit strafverfolgung zu drangsalieren und deswegen dass es ist entweder wirklich ideologische dummheit wenn menschen aus dem medizinischen sektor gegen die entkriminalisierung schießen oder und das finde ich ganz spannend es gab mal eine umfrage so gut jeder zweite arzt ist für die legalisierung das fand ich immer noch erstaunlich wenig weil das sind ja gebildete menschen aber ich denke mal die haben teilweise einfach ein bias das heißt die sehen eher die fälle ja auch ich sage mal eine psychose durch cannabis kommt selten vor aber die sehen die hat statistisch häufiger als besser sehe ich ja ich kann meinem freundeskreis eine person ich kann sowieso nur zwei personen die mal psychotisch wurden eine mit cannabis eine ohne das ist witzigerweise auch was die statistiken sagen also dass es nicht viel impact hat und eher wenn überhaupt eine scheinkorrelation ist dass leute sich dann versuchen selber so damit zu therapieren und symptome zu mildern auf jeden fall es gibt diesen confirmation bias innerhalb der medizinischen bubble aber dann ist auf einmal ein ärztekammerpräsident darüber der wirklich lauthals dagegen poltert in mehreren zeitungen und mit mehreren so offenen briefen obwohl seine eigenen mitglieder eher so 50 50 sind und da muss ich auch sagen nee das sind interessens konflikte ähnlich wie bei den polizeiverbänden also depolg gdp und so weiter sind das organisationen die profitieren von dieser systematischen kriminalisierung und pathologisierung ja weil alle drei minuten kriegt jemand ein strafverfahren ja das wird zumindest initiiert oft wird es fallen gelassen aber oft gibt es dann auch verpflichtungen irgendwie irgendwo vorständig zu werden man mit anderen führerscheinstelle angeschwärzt beim jugendamt angeschwärzt oder wenn man halt ein bisschen mehr material hatte dann wird dann oftmals zum anwalt empfohlen dass man gesagt ja ja man hat ein problem mit kann aber man hört auf und dadurch therapie statt strafe dieses konzept das führt dazu dass tausende leute von in behandlung gehen ohne dass sie eigentlich ein problem haben ja also es gibt menschen die haben problem mit cannabis aber viele leute und da kenne ich mittlerweile auch leute die sind die gehen dann zu irgendwelchen veranstaltungen dort kriegen teilweise noch irgendwelche medikamenten oder oder sprechstunden oder sonst was obwohl die wenn man sich das mal richtig diagnostisch anschaut nie irgendeine psychiatrische erkrankung durch cannabis hatten oder auch nie eine cannabis abhängigkeit oder irgendwas hatten ich gehe da wirklich von starken interessens konflikten aus ja also das denke ich auch ich meine so eine law and order politik verkauft sich ja immer gut für gewisse kreise in deutschland und wenn man dann halt noch zusätzlich wie dieses wie du es ganz konkret an der polizei aufmachst da geht es dann einfach um konkrete materielle interessen für diese organisation weil umso mehr einsätze sie hat umso mehr sie sollte verknacken kann etc pp umso mehr mittel bekommt sie letztendlich auch das gibt es ja auch dann zum beispiel im kontext von demonstrationen oder so wo dann halt auch manchmal unnötigerweise irgendwie zehn wasserwerfer stehen und jeder mensch fragt sich was was passiert jetzt hier aber es ist einfach nur okay es muss ja mal wieder ausgefahren werden weil sonst ist es halt nicht legitimiert dass es halt existiert ja vielleicht kann man das ein bisschen vergleichen definitiv ich finde auch ganz spannend wenn man sich so aufklärungsquoten bei verschiedenen bereichen anschaut dann liegt ja oft also bei komplexeren straftaten mit teilweise im einen maximal im zweistelligen bereich bei drogendelikten liegt die bei gut 80 prozent weil du hast halt direkt eine beweisführung da und das ist natürlich ganz toll für die statistik für die für die pks polizeiliche kriminalstatistik und so weiter und das ist auch ganz spannend offiziell werden immer die dealer verfolgt aber auch dort sind circa 80 prozent sind konsumnahe delikte das heißt menschen mit ihrem eigenbedarf menschen mit ihrer einen pflanze oder sowas oder auch die da kenne ich jetzt die statistik nicht aber ich habe so eine grafik im kopf die auf jeden fall stark unterschied zeigt wenn es darum geht wie man quasi überwacht also telekommunikations überwachung da geht es eigentlich die offizielle narrative sind immer terrorismus kinder pornografie das ist immer so die offizielle narrative warum man leute abhört aber de facto ist es irgendwie in fast allen fällen mittelschwere btm delikte also kumpels die über social supply ihre freunde mit versorgen und so läuft es meistens auch ja jeder jeder von uns hat mal einem kumpel mal irgendwie eine flasche wein oder ein kaffee mitgebracht stellt euch vor es gibt keine geschäfte wo es kaffee und wein gibt dann bringt man leuten wenn man zugang hat öfters was mit das ist der hauptgrund fürs dealen ja der nächste level ist halt dass man vielleicht seinen eigenbedarf damit deckt ja das ist immer noch keine professionelles kein professioneller drogenhandel und erst dauer drüber fangen so langsam die ok also organisierte kriminalitätsstrukturen an das heißt also viel von dem was wir so als dealerei bezeichnen oder schwarzmarkt das sind einfach nur freunde die bringen etwas mit wie bei uns nach dem krieg dass man sich keine ahnung also kaffee über die luxemburgische grenze mitgebracht hat ich komme so aus der trierer muselaner gegend ja wir haben auch so bei dem thema wenn wenn es um die legitimierung zum beispiel auch von knästen geht oder so das wäre noch mal ein anderes thema was man auch ansprechen kann wo dann halt die meisten leute im kopf haben okay dass die sind halt gefüllt mit irgendwelchen schwerverbrechern und kindermördern oder so und die realität ist halt leider dass das dann halt das offizielle narrativ ist aber gefüllt sind die knäste eben mit von halt einfachen bagatelldelikten wie jetzt schwarz fahren bis hin halt zu eben den folgen der kriminalisierung von von drogenkonsum da klar fragt man sich schon wofür dient dann eigentlich halt diese ganzen konstrukte und gegen wen sind sie eigentlich ausgerichtet und in dem fall sind sie ganz klar gegen die konsumenten gerichtet von daher gut dass es hier endlich mal eine gewisse bewegung gibt die frage wäre jetzt aber trotzdem wir haben uns ja jetzt schon so ein bisschen angeschaut was mit diesem mit diesem ganzen gesetz auf sich hat und wir haben auch schon so leichte kritik daran formuliert was fehlt denn da jetzt noch was was noch mal ausgeführt wie wie genau sieht die kritik an dem was aktuell passiert aus und dann vielleicht auch übergehend dazu wie müsste es eigentlich wie müsste eigentlich eine sinnvolle drogenpolitik denn in diesem lande aussehen ja also die hauptkritik ist natürlich erstmal ist es keine legalisierung und natürlich sag mal durch die komplexität ist sehr viel rechtsunsicherheit einfach da drin trotzdem also ich mache sehr viel druck oder wir machen sehr viel druck weil es einfach ein richtiger schritt in die richtige richtung ist und weil ich sag mal dieses hauptproblem und was auch gerade angesprochen ist mit den knästen ich habe die zahl jetzt nicht genau im kopf aber jugendrichter müller ich glaube ich spreche doch immer von einer halben millionen leute die wegen cannabis-delikten im gefängnis sind und das sind oftmals auch keine riesigen mengen weil das ist es hört sich immer viel an aber heute konsumieren auch viel und wenn man auch in einem freundeskreis drin ist wo viel konsumiert wird dann ist das halt mal schnell ich sag mal eine quantität die sich halt noch ein bisschen mehr anhört aber es ist ja trotzdem keine hohe straftart ja also wieder ich komme von der mosel dort sind überall weinberge und leute bauen wein an und ich bezeichne gerne ab und zu so meinen cousin mein onkel so von wegen drogenbaron und so ja wie läuft die drogen ernte und so also es ist ja gar nicht so viel anders wenn ja sogar noch argumentieren dass die gesundheitsschäden ja noch da ein bisschen stärker sind ja das problem ist halt also man also viele dinge werden sich ein bisschen entspannen durch das gesetz deswegen pushen wir das so und ich glaube auch dass wenn leute erst mal entkriminalisiert sind dass ich auch mehr in höheren positionen also die die was verlieren ja leute wie ich die normalerweise die klappe halten dass die sich halt viel offener zeigen und stellung beziehen weil man hat ja immer so dieses gefühl so in dem moment wo man sich für das thema ausspricht dass man so in dem nebensatz so direkt sagt ja und ich kiffe ich versuche leute mal klar zu machen nee das ist nicht so wenn ich argumentiere argumentiere ich auch nie irgendwie über privatkonsum sondern sondern beziehe mich halt immer auf wissenschaftliche fakten also wie das verbot aktuell leuten schadet oder wie einfach wie die gefährlichkeit von cannabis ist im vergleich zum beispiel zu anderen genuss und rauschmitteln also es wird auf jeden fall wird es ein paar fehlentwicklungen geben also die vereine sind für leute die sich wirklich für die pflanze interessieren die auch cannabis kultur leben aber es werden wahrscheinlich viele leute mitglied werden die einfach nur einen guten bezug haben möchten das ist nicht der sinn von einem verein ja ich stelle euch vereine vor mit lauter unengagierten leuten das ist nicht unbedingt cool dann wird man den schwarzen nicht komplett bekämpfen und es wird wahrscheinlich so nicht so schöne entwicklung geben im medical bereich also gerade wenn dann cannabis nicht mehr betäubungsmittel gesetzt steht sondern nur noch übers kann g verboten wird werden wahrscheinlich noch mehr leute sich dann quasi obwohl sie nicht krank sind rezepte holen manchen fällen kann ich auch nachvollziehen also es ist ja auch so dass kann bis vielen leuten auch irgendwie medizinisch hilft die frage ist halt ist es so sehr dass es eine verschreibung rechtfertigt ja man könnte sich auch eine welt vorstellen wo man für ein kaffee rezept braucht oder wo man also oder für ein feierabendbier dass man rezept braucht das sind auch wirkstoffe ja also koffeintabletten muss ich auch in die apotheke für und kaffee kann ich so trinken es gibt auch leute die nutzen alkohol medizinisch das ist halt meistens nicht die beste wache aber es wirkt ja trotzdem akut antidepressiv und entspannt und so weiter deswegen umgekehrt ist es ja auch so nicht jeder mensch der cannabis aus irgendwelchen gründen konsumiert tut sich damit auch immer super gefallen ja also das ist ja auch ein fakt auf jeden fall sehe ich halt auch dass die medizin branche gerade auch ich habe das gefühl dass die gerade die ganzen pharma grassorten dass die gerade irgendwelche wie record labels irgendwelche hip hoppers sein weil ich sehe immer mehr hip hopper mit irgendwelchen medical shirts oder die irgendwelche ja sachen in dem kontext rappen wo ich auch schon denke wow ist ganz schön mutig also btm werbung ist verboten und ich sehe jetzt hier auf instagram hip hopper die jetzt hier was also ich möchte nicht in deren haut stecken wenn dann doch mal die staatsanwaltschaft sich das anschaut auf jeden fall ja es führt dazu diesen fehlentwicklungen und deswegen muss halt säule zwei und also die modellprojekte und vor allem eine vollständige legalisierung quasi eine säule drei ja besser früher als später kommen und vor allen dingen wir wissen auch aus kanada beispielsweise das dauert drei vier jahre bis und schwarzmarkt verdrängt wird ich glaube mittlerweile sind so 70 prozent versorgen sich auf legalen markt und das wird wirklich man hat gesehen so jedes jahr jetzt kanada genau und man hat wirklich gesehen so jedes jahr wird es werden es also 22 30 prozent mehr also peu a peu weil es natürlich das sind gewachsene strukturen ja ich habe auch eine bekannte sie gut growt da könnte ich mir auch vorstellen dass ich nach der legalisierung vielleicht illegal nein natürlich nicht weil es ja illegal aber den gedanken kann ich aber auf jeden fall nachvollziehen dass man bei einer alten quelle die man irgendwie gut findet irgendwie bleibt und so ist das nichts anderes ja also eine hippie oma die seit ewigkeiten gras anbaut ist auch nicht unbedingt also wie zb das gab es ja in kanada sehr viel dass halt leute also diese medical compassionate geschichten gab es ja schon ein bisschen länger so eine hippie oma die und die gras anbaut ist nicht dasselbe wie die leute die da mit kalaschnikows und schlägern und so weiter dort in den markt kontrollieren deswegen man muss auch ein bisschen schwarzmarkt von schwarzmarkt differenzieren aber ich sag mal erst 100 prozent schwarzmarkt und dann 30 prozent schwarzmarkt ist ein großer erfolg innerhalb von vier jahren oder fünf knapp fünf jahren auf der anderen seite sieht man okay man braucht fachgeschäfte dafür und auch online handel um das zu erreichen und das davon sind wir noch meilenweit entfernt das ist auch ganz witzig also auch wieder so ein schönes beispiel wie ideologisch die diskussionen geführt werden fast alle parteien bis auf die fdp war gegen online handel warum die fdp dafür war die waren auch für chemie gras einführen und für gentechnik und so also obwohl die relevanz halt irgendwie gefehlt hat ja das sind wir reden jetzt von ganz frühen draft geschichten mittlerweile ist das auch nicht mehr wirklich relevant und also keinesfalls keinesfalls online handel und so es gibt bereits online handel für scharfes cannabis also thc haltiges cannabis halt für medical ja man muss halt seinen ausweis zeigen wenn man wenn das ist halt so ein spezieller lieferservice man muss halt seinen ausweis zeigen und sich davor registrieren und so und dann kriegt man das halt unterschreibt dafür das heißt online cannabis handel den gibt schon und jetzt aber ja aber wenn jetzt genau dasselbe macht und auf einmal genießt man das anstatt dass nur die schmerzen weniger werden dann ist es voll schlimm wieder die narrative sind halt manchmal albern und die werden halt quasi nur geführt geführt um die hälfte der bevölkerung die der sache noch ein bisschen konservativ entgegensteht so ein bisschen zu beschwichtigen und das ist halt dann irgendwie so ein bisschen albern aber da muss ich auch sagen dass ich habe auch das gefühl dass man sich manchmal da selber ins bein geschossen hat auch von seiten von manchen legalisierungsbefürwortern also ich kann auch dieses narrativ ganz ganz stark von leuten dass sie immer darauf pochen cannabis das ist medizin eigentlich egal wie ich es konsumiere es ist medizin und ich kann das nachvollziehen dass leute das natürlich immer gemacht haben um eben nochmal hervorzuheben alkohol ist deutlich schädigender koffein hat jetzt vielleicht neben nackenverspannungen kopfschmerzen eigentlich gar nicht so viele vielleicht noch appetitanregen gar nicht so viele positive wirkung wie man es einsetzen kann aber cannabis hat diese ewige bandbreite von wirklich behauptungen irgendwie dass es eine therapie gegen krebs sein kann zu dem appetitanregen zu kopfschmerzen und so alles mögliche kann eigentlich das abdecken aber da hat man natürlich dann auch eigentlich immer so ein bisschen vorschub dafür gegeben dass man dann sagen kann ja wenn das alles so ist dann ist das ja schön dann können wir es ja medizinisch eben legalisieren und da habt ihr dann ja den nutzen müsst ihr einfach nur zum arzt gehen und euch das verschreiben lassen so dann machen wir klinische studien wie gut das passt und dann ist da alles in ordnung ja also ich kenne das narrativ auch ein bisschen was wahres ist dran aber ist natürlich auch sehr viel unfug dabei cannabis ist schon wahrscheinlich so dass arzneimittel mit den meisten indikationen ich überlege gerade ob ich wirklich auch sage so der welt und überhaupt und so auf jeden fall in den top drei ja mit den meisten indikationen also dass bei den meisten erkrankungen helfen kann aber das kann sehr wichtig weil wenn man dann in die einzelnen indikationen reinschaut und wo es dann klinische versuche gibt da gibt es immer einen signifikanten anteil dem es hilft bei wirklich bei also also wir reden wirklich von von fast 100 indikationen oder sowas und da gibt es wirklich auch und das ist auch nachgewiesen dass ist dass es den leuten hilft also auch mit unterschiedlichsten methodiken also jetzt nicht immer nur so befragung ohne hilfs ja mann sondern auch wirklich mit mit entsprechenden experimental design und so weiter nicht immer ganz so stark wie ich sag mal so eine studie mit irgendwie hunderten von leuten sondern teilweise ein bisschen schwächer aber doch auf jeden fall dass es wissenschaftliche standards erfüllt aber die response rate aber viel wie vielen leuten das wirklich random anschlägt beziehungsweise wo auch im verhältnis zu den nebenwirkungen da eine positive wirkung kommt ja das ist oftmals ein bisschen bescheiden ja das heißt egal was man sich anschaut beispielsweise es gibt leuten denen hilft bei schmerzen bei denen ist bei adhs da ist aber trotzdem so wenn du es bei schmerzen gibst hilft es trotzdem nicht so zuverlässig wie andere stoffe aber bei denen wo es hilft ist es die bessere wahl weil es mit weniger nebenwirkung hat oder bei adhs also es gibt viele bei denen funktioniert einfach beispielsweise ritalin besser aber bei denen wo es wirkt wo es wo es wirklich funktioniert und da gibt es einige fälle habe ich auch welchen bekannten kreis bei denen ist natürlich hat mit cannabis deutlich weniger nebenwirkung als mit ritalin man muss sich diese nebenwirkung aber auch weg kiffen das heißt man muss eine gewisse toleranz aufbauen dass man halt nicht mehr so müde oder vergesslich ist beziehungsweise die kondition muss halt so sein dass das halt nicht auftritt also bei adhs land geht es ja oftmals sowieso so ein bisschen in die gegenteilige wirkung aber ich sage mal bei jemanden bei schmerzen also wenn du zb die effekte so unangenehm schon findest bei den ersten ein zwei konsumeinheiten dass du dich irgendwie so verwirrt und müde fühlst dass du keinen bock hast das zu nehmen dann hast du keine compliance und dann kannst du dir keine toleranz quasi an konsumieren und dann kommst du auch nicht auf diese diesen dosis pegel um dann zb deine neuropathischen schmerzen zu reduzieren und neuropathische schmerzen ist zum beispiel ein schmerztyp also so nerven entzündungen und so weiter wo das wo kann das wirklich sehr gute statistiken hat aber wieder dann gibt es zwei drittel die kommen damit einfach nicht klar und die wollen das nicht regelmäßig nehmen und für die ist das dann halt keine adäquate wahl und das ist halt das spannende auf der einen seite 100 indikationen und auf der anderen seite geringe bis moderate response rates und deswegen ist das spannend sind eigentlich fast kombi indikationen das heißt dort wo leute probleme haben also wo leute probleme haben mit appetit übrigens koffein ist eigentlich eher appetitzügelnd also wie die meisten stimulant sind aber kann aber bis zum beispiel appetit anregend wenn du zum beispiel probleme einzuschlafen zu essen und hast noch leichte schmerzen und bis ein bisschen deprimiert so vier vier dinge so für jemanden der diese symptome hat für die person dass quasi in einem medikament der während andere leute mit 60 plus zum beispiel vier einzelnen medikamente für die indikation nehmen und dann noch mal drei extra medikamente um die jeweiligen nebenwirkungen zu unterdrücken und das ist jetzt gar keine übertreibung ja also wenn man mal gerade wenn man so immer ein altersheim geht nehmen die leute teilweise im durchschnitt so zehn tabletten jeden tag wenn man das dann quasi auf ein oder zwei medikamente und eins davon cannabis reduzieren kann und cannabis hat auch sehr wenige wechselwirkung mit anderen medikamenten dann ist das ein riesen medizinischen benefit das heißt also cannabis ist wirklich also ist eine sehr wichtige medizin die wird auch viel unterschätzt und der hauptgrund warum das so wenig verschrieben ist ist und warum es auch so wenig klinische forschung gibt mit richtig guten statistiken ist weil es keine großen pharmafirmen gibt die daran forschen das hat was mit dem patentrecht zu tun pflanzenprodukte kann man halt nicht patentieren wie in chemischen stoff die man als selber erfunden hat ich habe selber zwei jahre in der wirkstoffentwicklung gearbeitet bei den erfindern von ecstasy und grüße an meine homies von merk die wahrscheinlich gar nicht so cool finden was ich immer so mache aber naja auf jeden fall ist patentrecht ein grund warum man doch eher so copyright fähige neue chemische bausteine irgendwie zusammensetzt als ich irgendwelche pflanzen materialien die man halt nicht patentieren kann wo dann sobald die entwicklungsphase weg ist ein unternehmen buttert millionen klinischen studien rein und dann ist dadurch will es auch markt bringen und dann normalerweise am anfang das medikament ein bisschen teurer und es heißt dann auch in dem patentrecht ja als diese firma darf jetzt für ein paar jahre als alleinige firma das verkaufen bis das patent quasi erlicht und diese zeit fällt hat bei einem pflanzlichen produkt weg deswegen gibt es abgesehen von ich mal so ein paar schwurbel firmen die sich dann so ich sag mal hauptsächlich im bereich homöopathie und so weiter verdingen gibt es kaum firmen die quasi mit pflanzen oder pilzmaterial und so weiter arbeiten wie gesagt weil sich zeit nicht patentieren lässt also das thema ist noch mal insgesamt noch mal ein stück komplexer und ich bin auch nicht mehr so der super experte aber da aber diese motivation nicht mit pflanzen material in riesige klinik riesige klinische studien zu machen ist auch für den laien beobachtbar sehr interessant also in der form war mir das auch alles nicht komplett bewusst und ich finde das zeigt auch noch mal sowohl deine ausführung als auch jetzt die konkrete situation dass es halt diesen großen medizinischen markt wobei sich die leute dann halt ihr gras holen dass das halt nicht das primäre narrativ sein kann wo was jetzt das unsere ist wenn wir über sinnvolle drogenpolitik sprechen also ich finde das wie du es auch schon angedeutet hast sehr wichtig dass das für uns immer der der fokus eigentlich auf so einer entkanalisierung erstmal liegen muss also dass menschen einfach nicht mehr in der form so so krasse repressionen erleiden müssen und auch drogenunabhängig vor allen dingen ich finde es auch eine gute zeit das zu betonen dass es hier nicht nur um gras geht sondern dass es halt nur auch trotzdem immer noch ein tropfen auf dem heißen stein ist und dass es halt einfach darum gehen muss dass jetzt halt als anlass zu nehmen das auszuweiten und ja für mehr zu kämpfen lassen noch mal so ein bisschen den den blick über den tellerrand werfen und allgemein darüber sprechen was wäre denn eine sinnvolle drogenpolitik wie wir sie uns vorstellen auch jetzt mal unabhängig von allem was jetzt realistisch scheint und irgendwie realpolitisch gerade verhandelt wird ja finde ich auch wichtig also vor allen dingen also ich bin mittlerweile auch ein bisschen genervt von dem cannabis thema also ich erinnere mich noch hatte ich ein buch gelesen habe von michael polen wo er so was geschrieben also auch das buch hieß irgendwie das ist hier mein und plans anspielung an die alten kampagnen so dass sie auch brain und drugs man dann so ein eifrittier also ein ei gebraten hat und so wie schlimm drogen sind und dann habe ich mich so gefreut dass in dem kompletten buch kein cannabis tritt vorkam wirklich so eine richtige freude ach cool schlafmohn cool meskalinkakteen ah cool kaffee ja und das fand ich so richtig erfrischend mich einfach mal weil ansonsten beschäftige ich mich täglich mit dem thema und das ist auch mal erfrischend nicht nur über cannabis zu reden und so langsam nervt das thema und vor allen dingen ja mich nervt auch der aspekt warum haben wir nicht diese entkriminalisierung ähnlich wie in portugal auf alle drogen bezogen das grundprinzip ist dasselbe und es hieß ja auch immer von bogart blinert man will ein paradigmen wechsel aber im hintergrund werden einfach munter weiter drogen verboten beispielsweise über das npsg neue psychoaktive stoffe gesetzt wird alles was irgendwie neu kommt ja vielleicht ich will es jetzt nicht zu kritisch beurteilen also es ist auf jeden fall also wenn mich jemand fragt so was ist die bundesregierung unter der unter der es die meisten drogenverbote gab dann werde ich ampel sagen weil demnächst kommt ein paar neue verbote dazu aber auf der anderen seite muss man sagen sie könnten noch mehr verbieten wenn sie wollten ja war froh dass er sich jetzt nicht für ein verbot von lachgas ausgesprochen hat oder für kratom oder ich sag mal das was die ganzen kids zu nehmen sondern dass man erst mal so sich erst mal um die regulierung von den klassischen drogen beschäftigt also bei heroin gab es ja beispielsweise schon eine art legalisierung im medizinischen bereich man darf als arzt heroin verschreiben mittlerweile auch regulär es gibt halt nur relativ viele einschränkungen die ich auch teilweise übertrieben finde und wenn man bedenkt wie leicht man zum beispiel fentanyl verschreiben kann was deutlich potenter ist was wir brauchen ist wie gesagt eine vollständige entkriminalisierung von allen menschen die drogen nehmen auf der einen seite in dem alle menschen drogen beziehungsweise speziell ist aber auch betäubungsmittel und aber auch ich sag mal substanzen über die man wie anderweitig noch kriminalisiert werden kann ja also wenn man ketamin besitzt für privat rauschzwecke wird man über das amg bestraft dann gibt es ja noch das npsg aber dann gibt es auch andere diskriminierung also theoretisch kann einem auch die führerschein behörde den führerschein abnehmen wenn man ihnen erzählt dass man sich mit kamillentee berauscht das ist für die rechtlich möglich und wenn sie man diskriminieren wollen machen die das auch da habe ich abstrusesten sachen gehört wieder wichtig entkriminalisierung das heißt leute müssen die möglichkeit haben material zu konsumieren das ist sowieso legal aber halt auch ihren eigenbedarf zu besitzen und nicht nur das was man am tag hat sondern auch den monatsvorrat so viel muss drin sein der monatsvorrat für eine droge wenn kein handel nachgewiesen werden kann muss man diesen monat das muss diesen monatsvorrat muss man menschen tolerieren das ist das absolute minimum und dann kommen wir zu der frage weil wir wollen ja keine mexikanischen kartelle die irgendwelche journalisten erschießen und was weiß ich oder in kolumbien irgendwie das sind auf einmal das paramilitär oder die kartelle dass die quasi mehr militärische kraft haben als das das militär vom staat ja das sind ja viele entwicklungen von denen wollen wir weg deswegen müssen wir einfach die märkte langfristig regulieren und das ist eigentlich so mittlerweile würde ich sagen sogar ein kernpunkt von meiner forschung wo ich halt auch wirklich auch schon ein paar fachartikel zu geschrieben habe ist halt eher so ein laber fach aber da gibt es halt trotzdem so ein paar schöne konzepte wie zum beispiel das paradox of prohibition und das zeigt halt das ist so eine parabel böse zungen würden sagen hufeisen hat aber nichts mit dem hufeisen zu tun was konservative immer gerne nutzen sieht aber trotzdem so aus und da versucht man quasi auf der y-achse also das was so nach oben geht versucht man das schadpotenzial zu beschreiben das heißt wenn man sich jetzt dieses hufeisen in so einem grafen vorstellt dann sind die beiden extreme also ganz links und ganz rechts ist das mit den meisten schadpotenzialen und das ist wenn man sich drogenregulierung anschaut sind das auf der einen seite neoliberale kommerzialisierung also beispielsweise tabakzigaretten so billig wie möglich machen überall verkaufen an jedem kiosk und am besten gar keine altersbegrenzung und wenn es eine altersbegrenzung gibt dann lasst uns doch schokoladenzigaretten einführen damit die kinder sich schon mal daran gewöhnen wie man die so hält ja da waren wir schon ja da sind wir ein bisschen von weggekommen ja das heißt wir sind von diesem einen extrem auf der parabel sind wir ein bisschen runtergerutscht so ein bisschen ja nicht komplett aber ein bisschen mehr zur mitte haben das schadpotenzial ein bisschen reguliert was auf der anderen seite also das andere extrem von diesem hufeisen oder diesem u oder dieser parabel das ist komplett verbot mit straferfolgung und natürlich mit dem ganzen was sich dann im hintergrund anstaut das heißt organisierte kriminalität kartelle gewalt gangsterism die märkte gibt es ja trotzdem nur dass wenn a auf dem b im kilo cloud ja hier würde man vor gericht gehen ja wenn also wenn du mir ein kilo kaffee klaus naja okay ab einer tonne kaffee ab einer tonne kaffee gehe ich mit dir vor gericht wenn dasselbe quasi aber im schwarzmarkt passiert dann muss man exempel statuieren und das sind die ganzen gewalttaten die man in den medien mitbekommt ja das ist der grund warum die sich bewaffnen die leute wollen sich auch gar nicht mit der polizei betteln also jedes und wenn die polizei sagt oh ihr bewaffneter drogengster und so dann versuche ich den polizisten manchmal richtig vernünftig zu erklären hey die haben diese waffen nicht um sich mit euch anzulegen oder um sich mit gegenseitig ja teilweise gegenseitig anzulegen aber der hauptgrund warum die überhaupt waffen haben ist weil ihr ihr polizisten die euch gerade rühmt ja weil ihr die nicht beschützt mich beschützt ihr wenn die von über tage mir meinen kaffee klauen und so ja ihr beschützt mich aber meine kumpels mit dem mit dem mit der tonne weed die beschützt ja nicht deswegen müssen die sich selber um sicherheit kümmern und das ist der grund warum die waffen haben das heißt ein großteil auch von den von den waffen im umlauf von den gewalt handlungen von den erpressungen und sonstwas das ist eine direkte folge ja das heißt die beiden schadpotenziale von der gesellschaft sind bei regulierung die extrem auf verbotslastig sind oder extrem kommerzialisierend sind am höchsten und das geschickteste ist irgendwas in der mitte das heißt wo du es auf der einen seite jedem erlaubst drogen zu sich zu besorgen und zu konsumieren auf der anderen seite du die aber nicht anregst und auch hilfe anbietest also dieses schadminimum ist natürlich von substanz zu substanz anders ja das heißt das regelwerk um ein schadensminimum zu erzeugen kann bei kaffee deutlich liberaler sein als bei cannabis und bei cannabis immer noch deutlicher als bei ecstasy und bei ecstasy auch immer noch deutlicher als bei heroin um ein beispiel zu nennen um auch diese differenzierung zu zeigen auch zu was ich zum beispiel erforsche wenn man zum beispiel und kann alles fachgeschäft hat wo man auch und nebentran ist eine launch wo man konsumieren kann dann finde ich es vollkommen legitim dass man ähnlich wie in der alkoholkultur sich so immer zwei kommen davon kommen davon und stelle ich das auf den tisch und dann habe ich meine drei vier freunde und jeder nimmt sich was und alles ist gut ja finde ich mit kann das legitim finde ich mit alkohol legitim auch mit natürlich mit kaffee coca blätter von mir ist auch cut blätter bei ecstasy oder bei lsd findet sich problematisch wenn jemand ja hier ich habe mal gerne 20 pillen davon 30 davon ich tue die so eine schale und dann lege ich diese und dann jeder nimmt mal so viel eine handvoll und sonst was ja sondern da sehe ich bin doch eher so in die individuelle beratungsgespräche ähnlich so ein bisschen wie so in der apotheke ja bei irgendwas apothekenpflichtigen wo man normal hier nicht mehr als so und so und das nicht mit dem und achten so darauf und ich sehe gerade sie nehmen ja auch das und das und dann besser nicht das und das ja das heißt dass man doch mehr sagt hey achtung da sind 100 milligramm drin bei deinem körpergewicht würde ich erst mal würde ich lieber die mit 50 milligramm holen und und dann hat die haben eine bruchlörelle und dann kann zusammen 75 milligramm wenn die gut verträgst kannst du nachlegen aber auch erst nach der zeit und so denkt dran genug trinken das heißt dass es mehr mit einer individuellen beratung einhergeht während bei cannabis eher ich sag mal jemand der zum hundertsten mal in den laden kommt ja also in der kneipe macht man auch kein aufklärungsgespräch über alkohol deswegen dass man da aber auf der anderen seite wenn dann komplett ein newbie ist muss man auch natürlich auch ein paar basics vermitteln ja umgekehrt alkohol ja alkohol hat meiner Meinung nach nichts im supermarkt zu suchen vor allen dingen die hochprozentigen geschichten und vor allen dingen auch nicht in dieser quengel ecke also ich finde es eine zumutung also fast jeder zehnte person die alkohol konsumiert entwickelt irgendwann ein abhängigkeitsproblem ja und wenn die es irgendwann schaffen dass irgendwie halbwegs kontrollieren dass sie wöchentlich beim lebensmitteleinkauf an den rumflaschen vorbeigehen müssen wo dann noch ein fetter aufsteller von irgendeinem captain ist der dann noch so eine sprechblase hat wo drauf steht hey kauft drei für den preis von zwei also das ist doch eine zumutung ja das ist doch also mehr rückfälle provozieren kann man ja gar nicht während ich auf der einen seite sagt bei gewissen drogen kann man ein bisschen lockern und reglementieren sage ich auch dass man bei anderen drogen auch stärker reglementieren muss oder ich sag's manchmal sage ich auch so es gibt noch es wurde noch keine droge erfunden für dies kein regulierungsmodell gibt und ab und zu kommen dann so so beispiele reingeworfen können ja auch gerne machen mich ja gerne mal testen was viele leute gerne vergessen ist viele drogen sind nur dadurch entstanden war andere drogen verboten sind aber andere drogen verboten wurden wie zb es gab eine kultur opium tinkturen zu konsumieren und opium zu rauchen bzw zu dampfen das wurde halt gerade mit dem chinesischen rassismus in in amerika wird das halt verboten und war doch immer dann leitmotiv in allen internationalen drogenverträgen und dann haben sich einfach morphin und heroin mehr durchgesetzt und dann dass man das immer mehr verboten hat ja mittlerweile sehen wir halt auch immer mehr fentanyl und mit der zähne die sich jetzt durchsetzen gerade jetzt auch wo afghanistan jetzt weniger produziert dasselbe haben wir auch ja wir hatten früher haben sich die leute haben sich am vitamin tabletten leicht verschreiben lassen dann wurde es halt immer schwerer immer restriktiver und dann hat sich halt was man früher schon gemacht hat die tabletten klein und geschnupft aber irgendwann gab es die tabletten nicht mehr und dann hat sich das speed durchgesetzt das war ein amfetamin sulfat was so 20 prozent reinheit hatte also ähnlich wie die tabletten das haben die dann geschnupft und dann habe ich irgendwann überlegt hey warum nehmen wir nicht ein bisschen reinere substanz und eine leicht potentere substanz ja und crystal meth ja das ist sich das setzt sich auch immer mehr in europa fest obwohl wir eigentlich kulturell eher so eine speed kultur haben oder in russland ja krokodil ja das sage ich mir oftmals werfen wir leute also wie willst du krokodil regulieren also erstens ist nicht relevant ja wenn wir ein regulierungsmodell für opium und für heroin haben brauchen wir kein krokodil und zweitens deine vorurteile basieren darauf weil sich leute dreckig aus hustensaft und rotem phosphor und jodwasserstoff da irgendwas und in der kanalisation zusammen kochen was die sich dann die wehen hauen und was dann dazu führt dass die sich dann dass sich dann nekrosen bilden und denen irgendwann der arm abstirbt und grün ist und deswegen das krokodil heißt aber an sich gibt es auch den stoff desomorphin heißt er den gibt es auch sauber in pharma grade und dann ist es ein ganz normales potentes opioid oder opiat dementsprechend also der stoff für den es kein vernünftiges regulierungsmodell gibt der ist manchmal noch nicht erfunden ich glaube da gehen wir sehr sehr stark miteinander überein mit diesen gedanken und diesen diesen möglichkeiten was man im jetzt machen kann und das ist ja auch immer was wir so sagen also wir sind ja ein anarchistischer podcast für alle die jetzt auch vielleicht zuhören wegen dir wir haben halt auch eine perspektive darauf dass natürlich vieles was wir jetzt im jetzt kritisieren sehr sehr schwer dann auch ja zu reformieren ist und wir haben halt oft die perspektive dass vieles nur mit einer grundsätzlicheren veränderung von gesellschaft speziell mit einem bruch so des des kapitalistischen systems einhergehen würde weil ja oftmals einfach profit eine rolle spielt bei diesen ganzen fragen speziell auch im bereich drogen aber ich denke dass das ein thema ist wo man vergleichsweise viel sogar innerhalb des bestehenden machen könnte denke aber auch dass es einfach ein problem bleiben wird es wird halt in dieser welt die so bestimmt ist und reich und arm immer halt weil das einfach schnelles geld ist diese diese kartelle und diese diese ausbeutung und die menschen darunter leiden halt geben ich glaube das vielleicht auch noch mal so als eine so eine perspektive von unserer seite halt auch sehr wichtig dass das auch wenn wenn man sich um die viel sich um die fragen von von drogen und drogenkonsum und bewussten konsum und so weiter dreht dass das wahrscheinlich dann trotzdem auch nur in der gesellschaft wirklich verwirklicht werden kann wo wir auch nicht mehr so unter einem so krassen druck stehen immer entfliehen zu wollen von der ja oftmals sehr belastenden grauen realität da draußen sondern die realität der wir uns gegenüber sehen dann eine schöne ist wo dann halt drogen halt eher noch eine bereicherung dessen vielleicht punkte immer sein können und nicht irgendwie schon oft primär dann dazu geneigt sind ja von dem zu entfliehen was uns gegenüber steht ja von unseren problemen und dann weiter ich muss jetzt gerade an einen älteren niederländischen aktivisten denken der hat mir was sehr schönes gesagt also man muss mal aufpassen man darf das jetzt nicht als irgendwie drogenverharmlosen verstehen und ich habe auch ein bisschen gebraucht bis ich es verstanden habe er hat irgendwie gesagt das war so sein schlusssatz von der dokumentation so freiheitskämpfer für entkriminalisierung also gerade auch hart drogenszene in niederlande war das für die er sich sehr viel eingesetzt hat bevor ich den satz sage noch eine ganz kurze anekdote er hat dann irgendwie ein treffen organisiert mit mit auch polizeibeamten und so und hat dann gefragt so wo können wir hier rauchen und sagt der polizei hier könnt ihr rauchen ja hier ist ja draußen und sonst was und so und dann fingen die an als auf blech zu rauchen aus heroin und und crack und so weiter das haben wir nicht gemeint na ja auf jeden fall sein schlusssatz war so wenn ihr drogen nehmt genießt es ewig über den satz nachgedacht und so und das steckt sehr viel drin und zwar geht es halt genau darum dass man die substanzen halt so wenig wie möglich als flucht nutzt man kann natürlich auch sagen wenn ein chronischer schmerzpatient der nutzt drogen zur flucht mehr egal ob das jetzt vom arzt verschrieben ist oder aber sich das selber anbaut oder beim schwarzmarkt beschafft und ich sag mal gelegentliche flucht oder auch eine kontinuierliche leichte flucht ist auch was das müssen leute teilweise mit ihrem leben vereinbar im besten sinne natürlich so dass es sie selber und die umwelt so gut wie gar nicht schadet aber der grundgedanke dass man halt den rausch halt wertschätzt dass man es quasi bewusst konsumiert dass man es halt irgendwas als besondere erfahrung sieht dass man zum beispiel also der unterschied zwischen wo ich weiß nicht was ich machen soll ich werfe mir jetzt mal ein pappen lsd ein und zwischen ich treffe mich mit meinem besten kumpel in der uni wo wir vor zehn jahren zusammen studiert haben und wir schmeißen uns beide zusammen in unserem urlaub an unserer alten uni schmeißen uns pappen ein und hängen dann zusammen am see ab was ich natürlich nicht gemacht habe das ist natürlich ein viel bewussterer umgang mit dem thema und deswegen also diese diese genussfähigkeit professorin gundula barsch hat mal auch in der drogenmündigkeit auch die genussfähigkeit als eine wichtige säule genannt um quasi drogenmündigkeit zu erzeugen also dass man die fähigkeit hat dass man es halt nicht unterbewusst macht ja das stellt man solche bei tabak rauchen oft fest die ja somit so die stärkste abhängigkeit haben ja also es gibt ja bei tabak rauchern gibt es ja sogar noch eine höhere abhängigkeitsquote als bei kokain konsumenten da ist es wirklich so dass leute halt unterbewusst ständig zu zigarette greifen und das gar nicht so richtig mitbekommen das ist halt die große gefahr und wenn man sich dann zum beispiel anschaut wie es zum beispiel in süd und mittelamerika wie dort tabak genutzt wird also im traditionellen kontext so mehr als rituelle pflanze die einem wirklich in andere die einem hilft mit den göttern zu reden und so das ist ein ganz anderer umgang und so dieses bewusstsein ist auf jeden fall nicht verkehrt dass man halt ja bewusster konsum und auch ein bewusster genuss das ist auch was besonderes für ein ist ja und man muss sich auch einfach vergegenwärtigen so drogen gehören einfach zur menschlichen kultur dazu es ist ja immer eine frage des umgangs damit offensichtlich ist halt der umgang einfach alles weg zu verbieten und drauf zu hauen und zu kriminalisieren was wo halt dann irgendwie dieser gedanke dahinter steht oder dieser wunsch das einfach zu verbannen aus aus den menschlichen gesellschaften wenn man sich das letztendlich überträgt halt einfach total irre und halt kann halt zu nichts führen und im prinzip kommen wir da halt sehr sehr stark zusammen wenn man halt darüber spricht okay dass das man einfach dann auf eine gesellschaft zusteuert wo die menschen halt sehr sehr stark selbst verantwortlich sind das ist halt letztendlich das was wir jetzt als anarchisten die auch wollen wir wollen eine gesellschaft wo die menschen in einer selbstorganisation leben mit einer großen eigenverantwortung unter großen kollektiven verantwortung und das ist halt auch eine gesellschaft wo ich denke wo man halt auch zu dem thema drogenkonsum einen sehr guten umgang damit finden würde ohne jetzt seine nachbarn irgendwie einsperren zu wollen zu müssen sondern man kann denke ich mit dieser mit dieser großen eigenverantwortung die gesellschaftlich notwendig ist und so und so um so zu zusammenzuleben dann halt auch ja in freiheit hat ein vernünftiges verhältnis zum thema zu unterschiedlichen drogen entwickeln ja weil eigentlich ist es ziemlich radikal leute die andere genuss und arzneimittel nehmen als man selber und das ist ja wenn man ehrlich ist also ich habe ewigkeiten nach wissenschaftlichen definitionen für das wort drogen gesucht also ich meine es gibt eine etymologischen hintergrund also dieses getrocknete kräuter und so aber an sich also wie der begriff gebraucht wird mittlerweile nutze ich eigentlich immer nur die definition drogen sind das was andere nehmen weil es geht im prinzip immer nur um othering weil das also die tante die opiate nimmt weil sie tumorschmerzen hat die hat genau dasselbe morphin im blut wie jemand der sich heroin drückt wohlgemerkt heroin wird nachher verstoffwechselt in acetyl morphin und normales morphin aber nur mal um den gedanken zusammen die haben nachher um zu gewissen zeitpunkt genau denselben stoff im blut und der eine ist für einen so dreckiger junkie und das andere ist heute die liebe tante und das ist schon alles in ordnung so gerade wenn man auch solche dinge wie dass man mal irgendwie einen unfall oder eine op hatte mit einbezieht also die meisten leute haben auch schon ziemlich harte drogen genommen plus halt dass alkohol und tabak jetzt auch eher zu den härteren drogen gehören wenn man sich mal das schadpotenzial anschaut dementsprechend es ist eine sehr sehr radikale einstellung andere leute wegen einer anderen substanz präferenz zu kriminalisieren also das ist ich finden also es ist für mich als jemand der so tief in dem thema drin ist es ist nicht weit weg von leuten für eine andere sexuelle identität identität oder orientierung oder eine andere hautfarbe an religion das ist für mich persönlich als jemand der so tief in dem thema drin ist sehr sehr nah dran ich sehe da alle strömungen sehr kritisch oder auch ein anderes thema da muss ich gerade auch dran denken wo du wo ihr quasi über einen anarchistischen fokus so ein bisschen gesprochen habt sexarbeit ja bin weder freier noch biete ich irgendwelche services an aber ich sehe akt den aktuellen trend dass man jetzt versucht irgendwie die damen in den schwarzmarkt zu verdrängen sehe ich sehr sehr kritisch ja also zwangsprostitutionen gerne so viel polizpower da reinstecken wie es geht aber ansonsten die die vor allen dingen damen aber natürlich auch herren die brauchen unterstützung die brauchen rechte die brauchen support deshalb kann das komplett nachvollziehen und bin auch eher so auf der anarchistisch liberalen ebene unterwegs wobei ich jetzt bewusst jetzt nicht also liberal mit mit wirtschaftlich verknüpfen möchte ich würde sagen das sind doch eigentlich so bewegen wir uns gut zum ende hin außer du hast jetzt noch was was du was du unbedingt loswerden möchtest ich denke wir sind eigentlich ganz gut durchs thema durchgekommen soll ich das was sinnvolles sagen ich meine das ist ja eigentlich immer das beste wenn man thema so abschließen kann das einem gar nicht mehr einfällt was man da eigentlich noch anfügen müsste ich kann ich kann ich kann ewigkeiten das glaube ich mir auch das glaube ich aber es war sehr spannend auch auch in ergänzungen ich meine wir hatten in der vergangenheit mal eine folge bei uns zum thema drogen gemacht die leider audio technisch nicht so toll ist obwohl wir auch viel über unser persönliches verhältnis und so dazu gesprochen haben und so und das ist eine tolle ergänzung noch mal geworden auch gut dass wir da noch mal ein bisschen weiter geblickt haben finde ich sehr sehr vielen dank für deine sehr sehr spannenden ausführungen ja das hat das dem ganzen einfach noch mal eine tiefe für uns und hoffentlich auch für euch die euch das jetzt angehört habt gegeben zu der aktuellen debatte rund um die legalisierung oder nicht legalisierung oder nur entkriminalisierung von buberts ja in diesem sinne auch von mir vielen lieben dank ja vielen dank auch für euer interesse weil es ist ja natürlich auch ein thema wo sich hauptsächlich leute engagieren die halt wirklich betroffen sind und aber es ist natürlich wichtig da eine kritische masse zu überzeugen auch leute die gefühlt nicht mit dem thema verbunden sind obwohl ja eigentlich alle leute irgendwie damit zu tun haben zumindest indirekt ja das ist ja glaube ich auch die sache diese riesige diskrepanz wie wir schon angesprochen haben zwischen den leuten die eigentlich in ihrem alltag genau davon betroffen sind doch potenziell dadurch kriminalisiert werden können oder es schon wurden die aber zu dem thema dann eben nicht diesen schritt machen dann auch in der thematik aktiv zu werden wenn man zb so einen älteren konservativen onkel hat ja der sagt ich kenne keine leute die drogen nehmen das kann ruhig verboten sein ja weil weil dein neff und dein nicht der sagte das nicht weil der kennt deine einstellung und der mag deine weihnachtsgeschenke der sagt dir nicht dass er kifft und dann auf einmal hat dein hunnig weniger an weihnachten ja also es sind manchmal sind wirklich solche mechanismen aktuell gibt es immer noch leute die denken dass die keine kiffer kennen und dann versuche ich denen klar zu machen dass auch den ihre architekten ärzte anwälte lehrer und so weiter gerade lehrer die müssen das super geheim halten also da kann ich keine mehrere aktivisten die die lehrer sind und die das nur komplett anonym machen ja teilweise haben ja auch viele tatsächlich einfach verdrängt oder wollen dann selber nicht darüber sprechen dass sie in der jugend dann ja selber mal dran gezogen haben ja genau und dann gibt es ja konservativer und ihre jugend sind das ist immer ein schwieriger und es ist ihre kombination ihr wisst wahrscheinlich von wem der spruch war und zwar dieses so wer irgendwie in der jugend kein sozi ist hat kein herz wer im alter kein konservativer oder was auch immer ist hat kein verstand leider ist ein bisschen was wahres an also also von der bewegung her also leute werden im alter konservativer von ihren einstellungen her das nehme ich zumindest so war ich versuche mich ein bisschen dagegen zu wehren aber mal gucken wie lange ich es noch schaffe ja wir wir bleiben wir werden natürlich alle unsere radikalen vorstellungen hier behalten dass das schaffen wir auch ins hohe alter und wir bleiben auch auf jeden fall an dem thema drogen dran weil das wird ja auch auch wenn du dich täglich damit beschäftigt am ende des tages trotzdem nie richtig langweilig und man findet immer wieder neue aspekte die man diskutieren kann daran also dankeschön und glück auf glück auf glück auf ich so schnell weg von hier wenn du denkst dass linke libertäre oder anarchistische positionen eine stärkere stimme brauchen dann überlege uns zu unterstützen das kannst du ganz einfach machen indem du diese folge verbreitest pack uns auf deinen social media kanal erzähl deinen freundinnen von unserem projekt von unserem podcast von unseren videos wenn du noch einen schritt weiter gehen willst dann unterstützt uns doch einmalig über paypal oder werdet zum über tage ultra und kommen in unsere ko-fi und patreon community denn deine hilfe ermöglicht dieses projekt außerdem sind wir bei der vorbereitung dieser folge noch auf ein paar spannende sachen gestoßen die sich ebenfalls mit dem heutigen thema auseinandersetzen diese wollen wir dir noch mit auf den weg geben heute wären das ein interview mit mir im taxi wo ich zu legalisierung und anderen themen ausgequetscht werde von meinem lieben kumpel tobi dann ein debattenbeitrag bei der oxford union wo es darum geht ob man alle drogen für den persönlichen gebrauch legalisieren sollte spoiler alert ja und ein paper namens permability informability das ist natürlich open access und dort geht es darum wie man den aktuellen drogenmarkt nicht kommerziell regulieren kann also wie man auf der einen seite pharmazeutische unternehmen verpflichten kann gewisse substanzen pharmazeutisch rein zu produzieren für die leute mit bedarf aber vor allen dingen wie man soziale vereinigungen kreieren kann wo leute sich selber quasi versorgen mit cannabis mit opium mit psilizidienhaltigen hilfen und co viel spaß das nächste mal bei übertrage hört ihr uns übernächsten sonntag und wir sehen euch im live stream am mittwoch um man ein es